Das ist auf jeden Fall das Zimmer, wo es quasi angefangen hat, meine Freunde. Das Zimmer, wo quasi der Großteil meiner YouTube-Karriere einfach gestartet hat. Und hier tatsächlich, meine Freunde, der heilige Gral. Hier hat es angefangen. Ja, hier habe ich quasi damals angefangen, meine ersten Minecraft-Videos aufzunehmen. Yo, was geht? Willkommen zu einem etwas anderen Video. Vor allen Dingen, yo, was geht? Willkommen zu einem Video mit Minecraft. Da, Revi, was stimmt mit dir nicht? Minecraft über Giga-hyper-cringe? Ja, Bro, ich dachte mir einfach, ich spiele nochmal Minecraft. Ich weiß selber nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe den ganzen Tag heute überlegt, was könnte ich eigentlich machen? Wie könnte ich euch irgendwie einen Content-Preis präsentieren, was es so noch nicht auf meinem Kanal gegeben hat? Und da ist mir einfach folgende Idee gekommen, meine Freunde. Ich spiele eine Runde Minecraft. Die Idee dahinter ist aber folgende, Leute. Ich habe mich tatsächlich hingesetzt und wie ihr gerade hier seht, im Hintergrund, bin ich hingegangen und habe mein Haus gebaut, in dem ich aufgewachsen bin. Das ist richtig. Also quasi das Haus und auch das Zimmer, in dem meine ganze YouTube-Karriere, das Ganze, was ich quasi erlebt und geschaffen habe, hier mit YouTube und so weiter und so fort begonnen hat. Super interessant. Eins kann ich euch schon vorweg sagen. Nein, mein Haus lag nicht an einem See, wo gegenüber die Wüste ist. Und nein, in meinem Haus gab es auch, ich hatte auch keinen Tintenfisch zum Nachbarn. Das, denke ich, interessiert uns alle sehr. Ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen mal ganz kurz hin. Ich kann euch natürlich jetzt hier kein echtes Bild von meinem Haus zeigen, aber ihr seht hier auf jeden Fall das Haus, in dem ich groß geworden bin. Und falls ihr euch jetzt fragt, ey, warum sieht das so seltsam aus und warum ist das von der Seite so? Ja, es ist halt eine Doppelhaushälfte, meine Freunde. Und wie die andere Hälfte jetzt genau aussieht, die sieht nicht genauso aus, sondern natürlich anders. Das werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil dann könnte ich euch direkt den Google Maps Pin von dem Haus meiner Eltern geben. Kleiner Jock. Ja, was soll ich sagen, Leute? Das ist quasi das Haus und, oh mein Gott, ich habe wirklich einfach mal drauf losgebaut. Ihr seht es hier gerade im Hintergrund. Ich habe mir keine Sachen abgesteckt, gar nichts. Ich habe einfach irgendwie meine Erinnerung so ein bisschen floaten lassen und bin hier mit dem Endergebnis übertrieben zufrieden. Also wirklich, es sieht wirklich eins zu eins echt so aus. Gerade hier von der Seite. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so hinbekomme. Und ihr seht auch schon, ja, es ist eingerichtet. Einen Garten hat es natürlich auch, meine Freunde. Der sieht auch sehr, sehr stark aus. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt überhaupt hier zu viel zeigen, gehen wir nochmal ganz von vorne ran. Also, was wir hier erstmal haben, ist das Auto von meinem Dad. Was für ein Wagen das ist, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, meine Freunde, was ihr für ein Auto hintervermutet. Ihr könnt ja gerne mal nachschlagen oder euch mal ein paar Gedanken machen, was für eine Karre das sein könnte. Wer weiß, vielleicht antworte ich sogar auf die eine oder andere Mutmaßung. Ja, hier steht eigentlich immer das Auto von meiner Mom. Da habe ich jetzt gesagt, ganz ehrlich, da habe ich jetzt keinen Bock mehr, das zu bauen. Und hier ist noch eine Garage und hier stehe auch manchmal ich dann, wenn ich meine Eltern besuche. Hier geht es quasi in eine Garage rein. Das können wir mal ganz kurz gucken. Relativ uninteressant. Eine ganz normale Garage. Ich, irgendwie haben wir nie in der Garage richtig geparkt. Also, waren da immer so Kartons und sowas. Und hier hängen so braune Lappen von der Wand. Ich weiß nicht, ich hatte keine Idee mehr. Also, da habe ich da irgendwas hingehangen. Da hast du ein Regal. Da sind so allerlei Sachen drin. Und eigentlich eine Sache, die jede Familie, glaube ich, in ihrem Haus hat, ist so ein Stapel Reifen. So Winterreifen. Die sind dann hier so. Ja, so. Das ist quasi die Garage. Sau interessant, oder? Abbruch! Ja, in dieser Garage habe ich mich selbst als Kind niemals richtig aufgehalten. Das sei denn, ich musste tatsächlich raus und den Rasen schneiden und diesen ekligen Rasenmäher hier über dem Boden schleifen raus in den Garten, den ich euch aber jetzt natürlich noch nicht zeigen werde. Ja, das waren so meine einzigen Erinnerungen, Berührungspunkte an diese Garage. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier in den Vorgarten, meine Freunde. Hier ist nämlich ganz wichtig herauszuarbeiten, dass Akani immer genau an diesen Busch pisst. Also wirklich, wenn ich bei meinen Eltern ankomme, lasst Akani von der Leine, beziehungsweise lasst ihr dem Auto, er ist natürlich angeschnallt, lasst ihr dem Auto los, er geht immer dahin und pinkelt genau an diesen Busch. Er kann nicht anders. Er ist noch nie reingegangen und hat nicht an diesen Busch gepinkelt. Also irgendwas scheint da wohl mit zu sein. Machen wir so ein kleines, nettes Vordach quasi. Hier steht das Auto von meinem Dad und hier ist so eine kleine Bank. Ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt noch da steht. Ich glaube schon. Ihr seht es vielleicht. Ich habe mir Raytracing und sowas runtergeladen. Sieht jetzt ultra sick aus. Das sieht sehr, sehr clean und crazy aus. Hier das Texture Pack ist auch sehr, sehr wild. Link zu allem natürlich in der Videobeschreibung. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Erstmal gucken, ob einer überhaupt da ist. Einen schönen guten Tag. Hallo, ist hier jemand? Füße abputzen. Ganz wichtiger Hase. Und beginnen wir mit dem wichtigsten Raum. Der Gästetoilette. Ja, hier ist das Klo. Da habe ich jetzt einfach mal Folgendes gemacht. Ja, unser Gästeklo sieht wirklich so aus. Wir haben keine Toilette. Da ist einfach ein Loch, wo wir reinscheißen. Natürlich, Digga. Ja, soviel auf jeden Fall zum Klo. Hier haben wir die Garderobe. Sau schön, Alter. Da hängen so zwei Pimmel an der Wand. Hier, da kann man seine Sachen aufhängen. Hier ist so eine kleine Kommode. Saugeile Einbuchtung hier auf jeden Fall. Gar nicht so verkehrt. Der Boden ist richtig schön gefließt, Alter. Übrigens, liebe Grüße an jeden Einbrecher, der bei meinen Eltern einbrechen will. Es gibt nichts zu holen. Und an der Stelle übrigens auch. Der Plan ist hier nicht eins zu eins korrekt. Also man wird sich tatsächlich noch trotzdem mit dem Haus verlaufen. Ja, gehen wir mal in die Küche rein, Alter. So sieht die Küche quasi aus. Hier so ein kleiner Esstisch. Nur hier kann man ganz entspannt in der Küche morgens frühstücken. Immer gemacht, bevor ich zur Schule oder zur Ausbildung bin. Saß ich hier morgens. Hab hier mein Müsse gegessen, Alter. Wie so ein kleiner Bub. Da war ich noch artig und anständig. Ja, hier immer der begehrtesteste Schrank gewesen hier oben. Da waren immer die Süßigkeiten drin. Da bin ich immer dran gegrindet. Und ja, dann ist hier quasi der Herd. Der hat übrigens ein sehr geiles Model, muss man an der Stelle mal sagen. Hier quasi der Herd. Waschbecken. Kühlschrank hier oben mit Eisfach. Soll das, glaube ich, sein, was ich mir gedacht habe. Keine Ahnung, Alter. Und hier auf jeden Fall dann noch der wichtigste Teil der Küche. Eine Blume in der Ecke. Ja, immer ganz schön hier. Das Eckfenster. Meine Mom sieht mich immer quasi anfahren. Entweder von hier oder von hier. Sieht sie immer quasi, wenn ich komme. Und das ist immer ganz nett. Gehen wir weiter. Hier ist das Wohn- bzw. Esszimmer. Hier sehen wir auf jeden Fall einen schönen großen Esstisch. Hier, ob da eine Pflanze ist, weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe natürlich jetzt noch die Wandfarben nicht eins zu eins getroffen. Und das hier, nein, das ist auch nicht so. Die Wartezimmerfliesen von oben gucken bei meinen Eltern natürlich nicht durch die Decke durch. Aber ja, so sah das hier ungefähr aus. Also hier ein großer schöner Esstisch. Mittlerweile sind die Möbel auch ganz, ganz anders. Sieht auch gar nicht mehr so aus. Aber das ist ungefähr das, wie ich es an Erinnerungen von damals hatte. Ich habe so ein seltsames Ding gemacht. Ich habe Sachen von heute und von damals irgendwie miteinander kombiniert. So, dass jetzt irgendwie daraus eine komplett neue Einrichtung gestanden ist, die dieses Haus niemals gehabt hat. Trotzdem war interessant. Sechs Stühle hier. Kann man immer ganz schön essen. War immer sehr lecker. Hier immer große Familienfeste gehabt. Tolle Nummer. Ja, hier vorne quasi einfach unsere Fernsehecke. Hier eine schöne Couch gehabt. Hier penne ich meistens, wenn ich bei meinen Eltern bin. Und ich schlafe wirklich jedes Mal ein. Hier ein schöner Fernseher. Und hier hängen zwei Dinge durch die Decke. Das ist tatsächlich so. Wir wissen bis heute nicht, warum bei uns im Wohnzimmer zwei Stofflappen durch die Decke hängen. Meine Eltern haben sich nicht drum gekümmert. Groß geht raus. Natürlich nicht. Auch hier wieder. Das ist natürlich nicht wirklich so. Hier haben wir den Sessel von meinem Dad. Der ganz wichtig ist, Alter. Der sitzt. Also, da darf kein anderer drauf. Das ist ganz wichtig. Das ist der Vatersessel. Ja, da darf keiner drauf. Wenn ich mich da drauf setze, ah ja, dann kriege ich Ärger. Ja, Fernseher. Ein paar Lampen hier dahingestellt. Hier hängt eigentlich noch eine Uhr. Die konnte ich jetzt nicht bauen. Dann stand hier ursprünglich, das steht noch ein Klavier. Das habe ich jetzt nicht gebaut. Weil hier ist jetzt einfach ein Fedderschrank. Und ja, ihr seht, meine Eltern haben in Minecraft zumindest eine ziemlich minimalistische Einrichtung. Beziehungsweise, was für meine Eltern. Also, wir hatten früher. So, um den Dreh. Ja, zwei wunderschöne Fenster. Rollladen haben wir eigentlich auch. Die habe ich jetzt aber auch hier nicht hingebaut. Weil, ach Digga, keine Ahnung. Da könnte man jetzt sicherlich noch hier, wenn man will, ein paar Vorhänge hinmachen. Ist ja auch ganz nett. Aber brauchen tut man das ja nicht. Also, die hängen dann hier halt irgendwie, keine Ahnung, so. Das ist auch schön, ja. Gehen wir mal in den Garten, meine Freunde. Und wieso ist es schon wieder am Regnen, Digga? Das kann doch nicht sein. Hier auf jeden Fall der Garten. Hier ist so eine Kiste. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Irgendwie sind da die ganzen Polstermöbel drin, von dem großen Tisch hier. Das ist immer, bei uns draußen liegt immer genau ein Apfel bei uns auf dem Gartentisch. Das ist ganz wichtig. Hier die wunderschöne Markise, bei der ich mir echt Mögel geben habe. Dann haben wir hier den Grill. Einen guten Weber-Grill ist es. Ja, da wird immer im Sommer gegrillt. Auch vegetarisch mittlerweile. Papa hat es verstanden. Und ja, das ist so ein bisschen der Garten. Was haben wir denn hier? Wer ist das denn? Ah ja, Akani, dummer Hund. Was geht? Ja, so kennt man Akani. Einfach am Penn. Der schläft hier auf jeden Fall. Der Garten ist gerade relativ neu gemacht. Also, der Garten sah auch nie so aus. Diesen Zaun hier gibt es nicht und so. Aber ich habe mir halt einfach gedacht, keine Ahnung, irgendwie so ein Mittelding musst du finden. Dieser Baum existiert tatsächlich. Das ist ein großer Ahornbaum bei meinen Eltern im Garten. Und hier steht eigentlich auch noch irgendwo ein Kirschbaum oder so. Aber, Leute, also geteilgetreu. Es ist schon ziemlich, ziemlich nah an der Realität auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Brunnen, der eigentlich nie im Brunnen war. Es ist mehr so eine Zisterne irgendwie, glaube ich. Und hier hat es dann irgendwie zwei Fische drin, die Trimax heißen. Sau interessant. Hier stehen die Mülltonnen. Hier ist nochmal geströp. Und hier geht es dann quasi in die Garage. Die Tür machen wir mal zu, sonst kommen mir irgendwelche Nachbarn rein. Und hier brutzelt gerade schon das nächste Nackensteak, Bruder. Ja, soviel zum Garten. Ich finde ihn ganz schön geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auf jeden Fall von der Größe her echt sehr geteilgetreu. Geteilgetreu. Geteilgetreu, genau. Ja, ganz genau. Ganz gut geworden. Ja, machen wir hier die Tür zu. Und wir gehen mal nach oben. Hier geht es jetzt noch runter in den Keller. Das habe ich aber jetzt an der Stelle einfach mal ausgelassen, weil ich dachte, das ist jetzt nicht so interessant. Wenn ihr wollt, dass ich den Keller noch baue, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Aber das ist halt ein Keller, Alter. Was soll denn da schon großartig drin sein? Hier geht es jetzt hoch, die Wendeltreppe nach oben, in die eine Etage, Alter. Da fangen wir mal an hier mit dem Badezimmer. Das ist das neue Badezimmer. Hier jetzt dann die Dusche, quasi hier eine richtig schöne große Badewanne. Doppeltes Waschbecken, das habe ich jetzt nicht hinbekommen. Und hier das Toilette quasi. Können wir auf jeden Fall richtig gut kacken. Immer mein Lieblingsspot in diesem Haus, weil Fußbodenheizung. Ganz wichtig, warme Füße beim Scheißen. Absolut geile Nummer. Ja, soviel auf jeden Fall zum Badezimmer. Wir gehen mal weiter nach rechts. Hier ist nämlich das Arbeitszimmer von meinem Dad. Sieht tatsächlich genauso aus. Also wirklich kein Scheiß. Nur, dass mein Dad nicht hinten so eine komische Mückenlampe da stehen hat. Ansonsten kommt das schon ganz nah ran. Hier ist ein Regal. Hier stehen eigentlich auch noch so ein paar Regale. Hier so, hier ist auch noch irgendwie was so, keine Ahnung. Bla, 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 bla. Aber ansonsten ist es schon ziemlich nah dran. Hier zwei Bildschirme, Alter. Papa arbeitet momentan sehr viel von zu Hause. Äh, Homeoffice ist angesagt. Corona, ihr wisst Bescheid. Dementsprechend, ähm, das an der Stelle hier. Hier oben sieht man schon etwas ganz, ganz Spannendes. Und zwar eine Wandfarbe. Die darauf hinweist, wie ich damals angefangen habe. Da gehen wir aber zuletzt hin. Wir schauen uns jetzt erstmal das ehemalige Schlafzimmer meiner Eltern an. Was jetzt ein Arbeitszimmer ist tatsächlich. Hier macht meine Mom, schaut dann meine Mutter an der Stelle. Ich wäre ohne dich verloren, Mama. Immer wieder meine, ähm, Steuern, Buchhaltung und Belege und hilft mir so ein bisschen dabei. Es ist eigentlich auch sehr viel geräumiger und schöner eingerichtet. Hier steht beispielsweise noch ein Schrank. Ja, mein Gott, den kann man natürlich jetzt hier hinstellen, wenn man will. Aber man muss ja auch nicht hier übertreiben. Das hier ist das ursprüngliche Zimmer meiner Eltern, äh, meines Bruders gewesen. Da sind jetzt meine Eltern drin. Es müsste ungefähr so aussehen. Hier ist ein schönes Bett. Hier ist dann noch ein Fernseher. Zack, wunderschön. Und hier hängt auch nochmal ein wunderschönes Bild. Ja, ich glaube, es ist genau das Bild. Mein Vater ist unglaublicher Creeper-Fan. Deshalb hat er sich mehrere Creeper-Bilder im Zimmer aufgehangen. Türe zu, Alter. Wir wollen jetzt nicht im Schlafgemacht meine Eltern rumschnüffeln. Wir gehen mal eine Stufe nach oben. Und schauen uns mal ganz kurz den Raum an, der keine Tür hat. Perfekt, weil er wieder Psychopathie rausgeboxt hat, als er wieder Call of Duty gespielt hat. Nein, das ist auf jeden Fall das Zimmer, wo es quasi angefangen hat, meine Freunde. Das Zimmer, wo quasi der Großteil meiner YouTube-Karriere einfach gestartet hat. Ja, was soll ich sagen? Ja, keine Ahnung. Also, das ist einfach irgendwie so das, wo es angefangen hat. Und ich würde sagen, wir steppen mal kurz durch die Tür. Und ja, so sah es tatsächlich damals ungefähr aus. Ich hatte hier so eine kleine Kommode. Hier ist mein begehbarer Kleiderschrank gewesen. Der übrigens ultra geil ist. Ich wünsche mir heute immer noch einen begehbaren Kleiderschrank zurück. Und Inschallah, irgendwann werde ich wieder einen haben, meine Freunde. Man muss nur hart genug dran glauben. Der war natürlich nicht ganz so geräumig wie hier. Und die Tür war auch irgendwie so ein bisschen schräg und so. Es ist halt eine Dachschräge gewesen. Also, die Dachschrägen kommen nicht so wirklich zur Geltung. Zwei Fenster hier gehabt. Und das Zimmer sieht deutlich größer aus, als es eigentlich ursprünglich ist. Also, das war nie so groß. Und hier ist das Bett, in dem ich tatsächlich mein erstes Mal hatte. Tolle Geschichte, oder? Also, wirklich spannend. Es regnet schon wieder draußen. Was ist eigentlich in dem Ort? Meine Eltern, los. Und hier tatsächlich, meine Freunde, der Heilige Gral. Hier hat es angefangen. Damals noch einen Bildschirm gehabt. Und, ähm, ja, hier habe ich quasi damals angefangen, meine ersten Minecraft-Videos aufzunehmen. Ihr seht es gerade, Leute. Das hier ist quasi genau die Wand, von der ich rede. Diese dunkelblaue, türkisfarbene Wand, ähm, ja, um die es damals ging. Da habe ich meine ersten Videos vor aufgenommen. Und ich habe eben noch mal ein paar Videos extra reingeschaut, um mir eine alte Roomtour angeguckt. Und solche Geschichten. Die Videos sind, glaube ich, mittlerweile längst offline oder privat gestellt. Aber, ähm, ja, Digga. So sah es quasi aus. Super, super wild. Hier dann noch so ein kleines Ding. Das war mal ganz geil. Ich konnte mal tatsächlich hier meine Dachfenster, konnte ich hier mal öffnen. Wollen wir mal ganz kurz mal weg hier. Konnte ich hier mal quasi aufmachen. Und, ähm, die waren dann halt so auf, ne? So nach oben quasi. Und hier vorne hat immer die Julia gewohnt, mit der ich heute noch befreundet bin. Früher einen Crush auf sie gehabt. Alter, war mal ganz wilde Nummer. Da habe ich immer rübergewunken, rübergepfiffen. Ja, jetzt sind wir befreundet. Ihr merkt, ich bin absolut steil gegangen. Ja, Leute. Das war so eine kleine Roomtour. Was soll ich sagen? Ich hatte irgendwie Bock da drauf, einfach nochmal so ein Video zu machen, wo ich was baue und so. Und irgendwie hat es echt sauspaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, dass ich sowas nochmal mache, vielleicht einfach mit irgendwelchen Gebäuden, die mir irgendwie nahestehen oder, keine Ahnung, vielleicht kann ich ja auch versuchen, ein Monteshaus nachzubauen und dann verkaufe ich einfach diesen Grundriss an potenzielle Einbrecher. Das war ein Witz. Das werde ich nicht tun. Für mich geht es jetzt nach Hause, meine Freunde. Das war es von diesem wunderschönen Video. Ich saß jetzt hier knappe zwei Stunden dran, habe das Haus meiner Eltern gebaut. Ich bin 27 Jahre alt. Was stimmt eigentlich mit mir nicht? Ich bin an der Stelle raus. Macht's gut. Hau da rein. Und bis dann. Ciao. Ciao.